Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sternensuche. Ganz kurz die Erklärung, warum Riley nicht dabei ist, denn die Kleine kommt nicht mehr weiter in die Gebiete rein, wo es noch Sterne zum Suchen gibt. Und nachdem ich mit Fiona auch noch nicht alle gefunden habe, machen wir jetzt einfach mit Vieh weiter. Ich hoffe, ihr vermisst die Kleine Riley nicht zu sehr. Sie wird uns definitiv noch öfter in den Videos begegnen. Aber jetzt erst mal zu den nächsten Sternchen, die wir sammeln. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 auch liken. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Sternensuche und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Vieh.